Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wer Körper und Seele in Einklang bringen möchte, ist in der Naturheilpraxis Helga Geiger in Tübingen bestens aufgehoben. Die sympathische Heilpraktikerin hat sich auf europäische Naturheilverfahren und Behandlungsmethoden aus der traditionellen chinesischen Medizin spezialisiert. Seit vielen Jahren löst sie bei ihren Patienten nicht nur Verspannungen und Schmerzen in Rücken, Gelenken und Muskeln, sondern begleitet diese darüber hinaus auch bei Burnout, Schlafstörungen oder Depressionen. Von Shiatsu und Akupunktur über die sanfte Wirbeltherapie nach Dorn bis hin zur modernen Gefäßtherapie und Oberon-Analyse bietet die qualifizierte Therapeutin für jedes individuelle Bedürfnis die passende Behandlung. Unterstützend können Sie hier außerdem Qigong-Kurse besuchen, die Ihnen dabei helfen, Ihre innere Balance zu finden und zu halten. Naturheilpraxis Helga Geiger Lassen Sie sich ganzheitlich beraten!